Die 1 zu 1 Betreuung, die wir jetzt in dem Praktikum haben, finde ich echt super, weil das nicht in jedem Praktikum so ist, wenn man einfach so den ganzen Tag so arbeiten kann, wie es eben für den Dienst gehört. In der 1 zu 1 Betreuung fühlt man sich wirklich bestens beraten, sage ich jetzt einmal. Man hat einfach jederzeit jemanden bei seiner Seite. Man kann sich pro Dienst auf seinen eigenen Betreuer verlassen, begleitet ihn wirklich überall mithin und das ist schon wirklich ein wahnsinniger Unterschied zu anderen Praktikern. Ich finde das Projekt sehr cool. Es ist eine ganz neue Erfahrung. Was super ist trotzdem, dass zusätzlich eine Diplomierte da ist. Einfach auch als Backup, wenn irgendetwas ist, dann hat man einfach das Gefühl, man ist nicht alleine und fühlt sich dann auch einfach sicherer. Dass die Diplomierte trotzdem da ist, weil man trotzdem immer noch ein paar Sachen hat, wo man nachfragen muss, wo es gehört ist, dass man wen hat. Weil so viel Vertrauen Studierenden zu schenken, das passiert nicht einfach so. Also das, da gehört schon viel dazu.